Warnung! Feindkräfte nähern sich! Agent, Sie haben getan, worum wir Sie gebeten haben. Und wenn man eine Person bewertet, dann zählen in diesen Zeiten Taten mehr als Worte. Ich kann deshalb mit Fug und Recht sagen, dass Ihre Taten etwas bewirkt haben. Wie viel kann ich nicht sagen. Aber ich danke Ihnen jedenfalls. Sehen Sie mal, was Sie verpassen. Sollte 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF Die tun, was sie können, um ein Anschein von ziviler Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Anscheinung ist nicht so, dass sie zusammenbricht. Respekt für diese Leute, wie die Marionetten sagen. Das sind ganz normale Leute aus der Nachbarschaft. Das sind wir. Aber wir sind nicht die Einzelnen da draußen. Habt ihr schon mal von etwas namens National Security Presidential Directive 51 gehört? Nee. Das ist nicht gerade das, was man auf dem Titelblatt der Post findet. Nein. Directive 51 ist mehr eine Art geheime Machtübernahmeplan. Um das sicherzustellen, was die Sesselpupser von bestandene Regierung nennen. Hört sich gar nicht so gruselig an, oder? Agent, wir haben eine wortwörtliche Manifestation negativer Energien aufgespürt. Die Antennen haben eine Fehlfunktion. Sie wurden wohl sabotiert. Gleichgewicht erfordert Einsicht. Und vielleicht etwas Hilfe auf physischer Ebene. Stets in dem eigenen Gottverdämpften Land NSA-Typen, die wie du und ich aussehen. Kommen Sie und schauen Sie. Schaut da. Beginnen Sie die Leute zusammenzutragen. Die ganze Lage erschießen Sie uns. Ich weiß nicht. Oh nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Auch wenn wir es nicht überleben, wir müssen es tun. Wir werden zurückblicken und merken, dass wir das einzig Richtige getan haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sind glücklich, dass Sie die Cleaners aus dieser Realität transzendiert haben. Frieden und Sie sind die Veränderung, die Sie in der Welt sehen möchten. Das war's für heute. 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 Die beste Ausrüstung. Wir müssen wir, Wir müssen diesen ganzen Wohnblock säubern. Bitte! Nicht! Tun Sie das nicht! Ich... Hey! Halten Sie durch! Was spätst du denn da an? Was hast du denn? Oh! 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 Decker! Ich bin zugegeben! Was haben die Typen mit mir vor? Bin ich jetzt frei? Ich kann mich einfach gehen? Warum macht ihr das, was das geht? Du warst nicht hier von mir! Lang auf! Alter! 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 Tja, benutzt ja eh keiner mehr. Komm schon, was hast du da? 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 Achtung, hier ist eben eine horde schwerer Jungs zu uns klar. Es ist vorbei, Jungs. Wir warten nur darauf, dass wir krepieren. Scheiß drauf. Wir sind hier fertig. Nur die Stärksten überleben, Mann. Komm raus und kass' weg! Lass alles, gehör'n! Deine Herde verloren! Da, gehör'n! Da, gehör'n! Da, gehör'n! Da, gehör'n! Hey! Danke für alles, was Sie tun! Das ist unser Revier! Kannst nicht einfach herkommen und stehen, was uns gehört! Klar? Es tut mir leid, okay? Hey! Zug mit! Tut, was zu tun ist! Ah! Scheiße! Die haben Witzel! Ja! Ja! Da, gehör'n! Ja! 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 Ich bin eigentlich gesagt, bis jetzt nicht weiter versagt einmal. Das war's für heute. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Hey, kommen Sie ruhig schnell. Eure Unterwäsche ist die JTF eine Ressource, von der es nicht genug gibt. Und ihr wisst, wie es heißt, die Natur duldet kein Vakuum. Meine Quellen sagen mir, dass schon jemand versucht, in die Bresche zu sprengen. Und zwar das Militär. Ich rede von Söldnern, privaten Militärdienstleistern... Wow, Sie sind der Division Agent, oder? Muss schon sagen. Und verzeihen Sie mir bitte, dass ich so direkt bin. Aber Sie sehen abgefahren aus. Also, Sie sind natürlich abgefahren, keine Frage. Ein echter Division Agent. Es wird mir eine Ehre sein, Sie mit Informationen zu versorgen. Ich melde mich, wenn ich etwas für Sie habe. Und Sie die neuen Könige sind. Und da Sie Gewehre, Panzer und schicke Uniformen haben, tragen Sie Ihren Faschisten-Bullshit in die Straßen. In unsere Straßen. Und wenn du in Ihrem Gebiet bist und dich nicht an Ihre Regeln hältst, bist du geliefert.